Wie viel lieber, dass ich dich nicht finde! Ich glaube, da sollte eher andersrum sein. Aber wir können doch jetzt... Das Geschütze müssen wir als erstes ausschalten. Zwei... Da ist noch einer. Den habe ich... Ja, ich finde es... Ja, ich glaube, mit Schleichen ist es hier mit unserem Bild schwierig, wenn man so auf dem Nahkampf ist. Während des Kampfes ist kein Speichern möglich. Aufhören! Weiterfeuern! Ninja zur Ruhe! Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes. Wie wäre es, wenn du rauskommst und wir uns unterhalten? Wollen wir das Radio ausmachen? Entgegen... was? Entdeckung verlangsamen... Achso! Cool! Ja, können wir gleich nochmal machen. Irgendwann... Ich weiß gar nicht, wo das ist. Dann müssen wir mal schauen. Wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Sorry, Johnny. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine kleine Anarcho-Revolution. Ach ja? Wäre jedenfalls leichter als die Köpfe von der Hydra abzuschlagen. Diese Stadt könnte echt noch eine Bombe vertragen. Ach komm, Johnny! Johnny! Äh... Ja, wo denn? Sag nochmal... Ein Charakter... Wo ist das bei Reflexe? Nee, warte mal... Wo haben wir das? Coolneck... Hier? Und wo ist das? Wo haben wir diese Fähigkeit? Hier haben wir alles... Theoretisch wird das ja irgendwie bei... Ein Schleichen. Aber wo ist Schleichen? Unten rechts bei Coolness oder... Nein, Jitsu. Coolness... Da... äh... Ja, brauchen wir noch ein bisschen was. Möglichst das nicht-tödliche Takedowns. Möglichst das nicht-tödliche Takedowns. Was ist die Luft? Äh... Messer wollen wir nicht. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfen. Pfff... Erhöht das Bewegungstempo um 20% wenn du schleichst. Katzi. Mit? Siehst du, den Nenitsu haben wir doch gerade hier schön... Haben wir gerade erhöht. Den Panzer? Na gut. Äh, den Panther, nicht den Panzer. Und dann... Und dann... Irgendwann werden wir dann mal schleichen. Aber das stimmt ja nicht, denn... Mh, ja. Hier liegen ja noch die... Die Tybis rum. Da mal deren Zeug einsammeln. Schleichender Tiger. Ja. Ja, der schleichende Panther, ne? Eher. Komm raus, Ratte! Komm zu Papa! Oh, komm. Kost mir, Soldaten! Hm. Sooo, gefällt mir das. Okay. So. Jetzt raus hier. Wiii. Na komm. Auftrag. Fehler 404. Super wie. Hab gehört, dass unser Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Immer gerne. Für Geld tue ich eine ganze Menge. Was kriegen wir? 4300. Mh. 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 Also über 100.000 würde ich jetzt gerne schon... Würde ich jetzt gerne schon gehen. Ja, bevor wir jetzt irgendwie nochmal was Großes machen. Ah, da hab ich schon wieder viel eingesammelt. Müsste nochmal irgendwie markieren können, was man irgendwie die ganze Zeit noch irgendwie, wenn man mehrere Sachen zerlegen will. Das wäre echt nice. Ah, was fehlt uns denn, um hier nochmal abzugrade? Nicht genügend Komponenten. Da, die legendäre Item Komponenten fehlen uns und Upgrade Komponenten. Das ist halt so ein... Ah, das wäre schön, wenn... Das mal hier... Ah, Blendgranate können wir herstellen. Nice. Ähm. Hier müssen wir mal... 8.000 XP. Sehr schön. Bis zum ganzen Schrott. Ach, was mach ich denn hier für ein Quatsch? Was mach ich denn hier für ein Quatsch? Epiche Upgrade Komponenten... Quick Cap Komponenten brauche ich gar nicht. Also hier brauchen wir ein bisschen was. Müssen wir ein bisschen was herstellen. 7 9 jetzt nehmen wir hier die Upgrades und jetzt kann man unser Katana ein bisschen upgraden oder einmal wenigstens ein bisschen die Panzerung nochmal machen siehst du und da kriegen wir schon Itemherstellung verringerte Upgrade Kosten um 15% das ist doch mega geil dass man nochmal wenn wir jetzt hier upgraden wollen Itemherstellung ne Itemkomponenten dass das hier noch weniger kostet ist doch mega müssen wir gleich nochmal unseren Revolver upgraden so Panem ist in der Nähe aber da will ich eigentlich jetzt nicht hin und Beat the Bread finde den Club in dem die Kämpfe stattfinden ist auch noch sehr hoch ich glaube dann machen wir nochmal das hier Aufträge Rückholaktion Container mit Bittersäure beschaffen Drown.in das ist nicht allzu kompliziert oder machen wir das genau wir machen jetzt einfach mal kleine Aufträge die kein Aufsehen erregen aber hoffentlich ein bisschen was bringen überflammbar ist zu schnell vorbeigefahren da war ich nicht fix genug da muss man aber spinnen rein ok jetzt ein Burger das wäre geil jetzt einen geilen Burger kann ich auch woanders rein? das ist jetzt die Frage muss ich da vorne rein oder kann ich hier auch in der Seite rein? ich kann hier auch in der Seite rein weil wir super kräftig sind finde Bucker Abdeig finde Kanister mit Bittersäure ok wir müssen also nochmal jemanden finden oh schade oh guck mal 10 von 16 Gewalt kriegen wir nicht auf ja ok also wir müssen erstmal unten ins Büro wahrscheinlich ich schätze mal das ist unten das unten naja oh epische Komponenten Monite so so ach so warte mit dem reden ne 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 ok das heißt also wir müssen erstmal wieder wir müssen erstmal wieder raus warte tsch 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 so ja das hab ich gemerkt willkommen im Do-Drop-In wo jeder Tag mit einem Lächeln beginnt ja also ähm ähm so aber das ist ja der da ok der hier psch 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 erstmal die Tür zu machen ja das die dazugehört das dachte ich mir schon wo der Tag mit einem Lächeln beginnt als ob Zugangschip Gäste Dateien Gästeliste ah ok Bukka Abdeik 103 da müssen wir rein das ist die wie gibt es die mal 1 und 3 finden kann es damit bitter so 103 gut dir steht 5% gehören dir Bedingungen ok ok hi zuhause heutzutage wo die Polizei sich um wichtiges kümmern muss als Tütenrauchende Runzenasen wo man um jede Ecke Designer Drogen kaufen kann sagen wir zurück zu den Wurzeln wozu die Taschen von Dealer und Hersteller füllen wenn du dir das Zeug ganz bequem in deiner eigenen Garage zusammenbauen kannst ok das entsagt sich nicht unbedingt einer gewissen Logik äh was war das nochmal 103 ne da kommen wir nicht rein Zugriff gewährt so 102 der Typ der ist da auch was für ein Saustall sogar schlimmer als deine Bude haha der sieht nicht mehr ganz ganz frisch aus ich muss kotzen riechst du das die Belüftung Dämpfe aus dem Raum oben drüber Moment mal ist das nicht Neoamphetamine willst du mir echt verklickern du könntest Drogen so leichter schnuppern wie ein Polizeihund Polizeihund nein wie ein Sommelier also erstickt würde ich sagen wahrscheinlich im Schlaf ein gewaltfreier Tod in dieser Stadt dann wäre ein Glückspelz da hat er wirklich Glück ja lass uns oben mal nachsehen denke unser Ripper hebt seine Vorräte da auf irgendwo bei einem Entlüftungsschlitz machen wir mal die Fenster auf damit man hier ein bisschen frische Luft reinkommt so verschlossen gut okay da haben wir den au diese Max machen wir mal ganz mellow ganz mellow machen wir so was hat mal ein 203 103 und 203 hier wollen wir noch was rein hier ist doch bestimmt auch noch was schönes Munition gut okay aber vielleicht haben wir hier noch mal ein bisschen was Gästeliste okay die hat man jetzt auch nur für den ersten das sind jetzt die gleichen Sachen die wir da auch hatten das Zeug ist im Obergeschoss das hatten sie auch gesagt hier wäre was zum hacken aber ich wollte hier noch mal reingucken man muss ja auch ein bisschen die Räume durchsuchen Max 202 da kommen wir leider nicht rein 201 ist verschlossen 204 das ist die Frage komme ich nicht 203 komme ich nicht rein muss ich von außen rein wir haben noch eine stunde hier oder bitte nicht stören entschuldigung entschuldigung es tut mir leid ich warte auf jemanden bitte geh einfach schade oh stöpflichter das wartet vielleicht auf mich okay irgendwie müssen wir hier von hinten rein über die über die Balkone wenn man das mal hinkriegen würde kann ja eigentlich nicht so schwer sein ja zum Glück habe ich lange Beine das stimmt ganz ruhig ganz ruhig 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 sei ruhig man alter so legen wir hier alle auf einen Haufen sagen wir hier archiviertes gespräch ich habe sick von joss tonne betasäure geklaut jetzt unterwegs na endlich die dämpfe hier willst du dir aber nicht einatmen glauben ja nee also er hat den ja umgebracht den anderen typen also so schnell gespeichert okay da ist die säure und ein bisschen kohle uh 2000 so viel werden wir wahrscheinlich von den ganzen auftragen nicht bekommen noch ein bisschen was im Laptop aber normalerweise haben die eigentlich immer die gleichen Sachen ah nee ist wirklich was anderes hey habt die Bittersäure aber der Ripper ist uns auf der Spur ich bin in einer Stunde da okay 5% gehören dir nee so das ist tatsächlich das gleiche verlasse das Motel verlasse das Motel verlasse das Motel